Servus und willkommen zu unserem Video, ein kleines Update aus unserer Butze, ein Update zu unserem Kaffee und zu unserem Band. Willkommen zu einem Live-Update. Falls ihr uns noch nicht kennt, wir haben drei Jahre lang im Band gelebt. Das hier ist nicht David und ich bin nicht Melinda. Zusammen sind wir David und Melinda und haben jetzt seit genau fünf Wochen auf den Tag eine neue Wohnung. Eine Butze. Eine Butze. Ja, würde ich mal sagen. Und wer die Videos aber schon kennt, hat auch schon gesehen, wo wir ungefähr wohnen und jetzt gibt es ein Update, was sich alles getan hat in den letzten Wochen. Genau, ich zeige euch mal kurz die Wohnung. Also hier befinden wir uns im Herzstück im Wohnzimmer. Und zwar, hier ist hier noch nicht so viel passiert, aber diese Couch ist neu eingezogen. Die ist wunderschön, man kann auch drauf schlafen. Wunder, wunderbar gemütlich. Dann haben wir hier einen Fernseher von meinen Eltern. Der steht nur übergangsweise da. Der ist ein bisschen zu klein für das riesengroße Wohnzimmer. Da kommt nochmal ein neuer hin. Aber das dauert noch ein bisschen. Kostet ja auch alles Geld. Dann haben wir hier einen Flur. Und zwar, Teil 1 ist noch nicht so ganz fertig. Da stehen noch so alte Regale aus der Wohnung. Aber Teil 2 ist hier auf jeden Fall schon richtig schön. Es ist ein Regal von Ikea. Eigentlich zwei Regale. Wir haben die dann versetzt, das eine aufgebaut, damit sich so eine Treppe hier entsteht. Finde ich richtig gut gelungen. Ist aber auch noch nicht fertig. Hier haben wir ein paar kleine Spiegel aufgehangen. Und dann kommen wir jetzt zu einem meiner Lieblingsräume hier. Und zwar in die Küche. Hier haben wir ein wunderschönes Kaffeeregal. Das liebe ich so sehr. Und da vorne haben wir nochmal ein anderes Regal. Das wird hier auch nochmal aufgehangen. Hier soll ja unsere große Bar hinkommen. Ist aber gar nicht so einfach, was passendes zu finden. Und ansonsten haben wir die Küche bei Kleinanzeigen von 500 Euro gefunden. Und eine Dunstabzugshaube haben wir montiert. Den Schrank haben wir noch montiert. Da fehlt noch eine Scharniere. Deswegen hängt die Tür noch so rum. Dann gehen wir mal weiter ins Badezimmer. Schaut mal, da haben wir genau gestrichen. Das passt doch wunderbar hier rein. Passend zum Toilettendeckel. Nice. Badezimmer. Das erste Zimmer, das fertig ist. Und dann gehen wir hier noch in unser Schlafzimmer. Das wir, ja, stiefenbitterlich behandeln. Da sieht es ein bisschen wild aus. Mein Neffe hat heute Nacht bei uns geschlafen. Und der ist jetzt gerade in der Schule. Den muss ich auch gleich wieder abholen. Deswegen sieht es ein bisschen wild aus. Aber ansonsten ist hier noch nicht viel passiert. Außer, dass wir einen schönen Schrank aufgebaut haben. Von Ikea. Ein Packschrank. Aber wir haben noch keine Griffe. Deswegen müssen wir den so öffnen. Aber wie geil ist das denn bitte? Richtiger Luxus. So viel Platz für Klamotten zu haben. Gefällt mir voll gut. Ist auch noch ein bisschen leer. Weil noch nicht alle Klamotten da sind. Manche sind auch in Kisten. Und jetzt gehen wir zu einem richtig schönen Ort. Und zwar auf unserer Terrasse. Die, glaube ich, größer ist als die ganze Wohnung. Und zwar war die Tierschamelli mit Nusson. Wie süß. Guck mal. Ihr seid ja goldig. Und zwar ist das richtig schön hier. Wir haben uns jetzt vollgemacht die Terrasse. Wir haben richtig lange hier gearbeitet. Um die schön zu kriegen. Und jetzt haben wir da hinten ein Hochbeet. Eine kleine Palme. Und hier haben wir einen Olivenbaum. Und ein Balkonkraftwerk haben wir auch. Das Video zum Balkonkraftwerk habe ich letzte Woche hochgeladen. Das verlinke ich euch hier oben mal, falls euch das interessiert. Wir sparen auf jeden Fall seitdem ordentlich Strom. Und es sind noch nicht die sonnigsten Tage gewesen. Und es ist auch noch nicht perfekt ausgerichtet. Und deswegen fangen wir das noch nicht perfekt ein, die Sonne. Aber es lohnt sich schon mal, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt geht es in den Van. Der steht nämlich direkt vor der Tür. Und wurde die letzten Wochen immer so ein bisschen mehr als Transportmittel gebraucht. Weil wir viele Möbel etc. transportieren mussten. Aber wir wollen den ja eigentlich fit machen. Damit der uns vor der Tür nicht weggammelt. Vielleicht wollen wir ihn auch verkaufen. Wir sind immer noch von und hergerissen. Das haben wir glaube ich schon öfters gesagt. Mal so, mal so. Ja, das kommt natürlich immer noch drauf an, wie sich die Zukunftspläne entdecken. Aber. Ja, es gibt auch. Ja. Hängt halt viel ab. Aber es erzählen wir euch gleich. Also an manchen Tagen sind wir komplett sicher, dass wir den verkaufen. Und an manchen einfach wieder nicht. Ja, an manchen Tagen gucke ich einfach so wie Nusa. Wenn man mich fragt, wenn wir ihn verkaufen, was? Wir gehen jetzt mal runter. Es hat sich nämlich auch einiges getan. Da haben wir die letzten Wochen auch ordentlich renoviert, um den wieder hübsch zu machen. Es hat sich ja doch ganz schön verlebt, die letzten Monate. Und ich würde mal sagen, packen wir es auf. Schön, wieder im Band zu sein. Ja, so sieht es aktuell gerade aus. Wir haben ein bisschen was renoviert. Das zeige ich euch gleich. Ich fahre jetzt nämlich erst mal zu dem Platz, an dem ich euch das zeigen möchte. Weil hier stehen wir auch ein bisschen schief. Und Melli läuft da jetzt hin mit Nusa. Das ist ein kleiner Spazierweg. Und ich fahre da mit dem Auto hin. Es ist ein bisschen länger da hin. Und dann treffen wir uns gleich mit Melli da. Ja, es gibt so eine Stelle, so bei ca. 1400 Umdrehungen, macht der Van so komische Geräusche. Und deswegen müssen wir den sowieso nochmal in die Werkstatt bringen. Also von außen wird er noch hübsch gemacht. Ein paar Roststellen entfernt und so weiter. Und von innen machen wir den jetzt in den nächsten Tagen auch noch hübsch. So, hier sind wir wieder in unserem kleinen Sohoze. Ein paar Kleinigkeiten haben wir neu gemacht. Und zwar haben wir hier nochmal unsere Gewürzregale geändert. Oder neu gemacht. Und wir haben neu gestrichen. Das ist eigentlich das Größte, was wir neu gemacht haben. Wir haben einfach unsere Küchenwandfarbe genommen. Und haben die hier rein. Ich habe mir gedacht, das reicht jetzt mit Blau. Jetzt kommt Marokko-Farbe rein. Ja. Genau, genau. Hinten haben wir das auch gemacht. Ja, haben wir ein bisschen sauber gemacht. Der Graskocher ist neu. Stimmt, den haben wir nochmal ausgetauscht. Das ist der selbe, den wir vorher hatten. Aber der war schon so auseinandergefallen. Die Knöpfe waren abgefallen. Qualität ist nicht die beste. Aber wir haben einen neuen erstattet bekommen zumindest. Genau. Und dann haben wir noch richtig coole neue andere Sachen, die wir euch jetzt auch gleich nochmal zeigen. Ja, das ist dann auch echt immer so ein Tag, wo wir dann denken, verkaufen wir den Bären vielleicht doch nicht. Ja, gerade wenn wir jetzt so gute Sachen haben und ihn so aufhübschen, dann denkt man so, ach, das ist ja schön, wenn man dann doch die Möglichkeit hat, mal spontan zu verreisen. Ja, das wäre halt richtig schön. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch ehrlich sagen, es ist halt ein Wohnmobil und der ist halt auch zum Wohnen und zum länger verreisen gemacht. Und aktuell sehe ich halt nicht, dass wir da jetzt die nächste Zeit mehrere Wochen am Stück damit verreisen. Ja, und es ist die Frage, ob sich das lohnt, halt zweimal im Jahr den dann halt zu nehmen und zu verreisen und sonst die ganze Zeit vor der Tür halt quasi stehen zu lassen, wäre es eigentlich cooler, wenn jemand anderes das vielleicht etwas besser ausnutzen kann und länger damit reisen würde. Ja, also vielleicht könnt ihr das ja nachvollziehen, es stecken ja auch richtig viele Emotionen hier drin und viel Zeit und Erinnerung und deswegen sind wir auf der einen Seite so hin und her gerissen. An einem Tag sagen wir ja, der Van muss weg. Am anderen Tag sagen wir, ach, vielleicht können wir es uns doch irgendwie leisten, den irgendwie aufzuhalten, also doch zu behalten. Aber wir haben ja jetzt auch eine neue Idee, eine neue alte Idee. Ja, raus damit. Auf den Zürich Kaffee. Aber da muss ich mal die Spannung hochhalten. Das erzählen wir gleich. Ich wollte es auch noch sagen. Ich wollte nur sagen, dass das dann auch ein Grund ist, warum wir den Van dann wahrscheinlich eher verkaufen werden. Ja, genau. Aber das müssen wir euch gleich erzählen, weil ich muss jetzt meinen Neffen von der Schule abholen. Und dann gehen wir kurz einkaufen und dann kommen wir nach Hause und dann erzählen wir das alles nochmal. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr verreisen können. Nur was auch nicht schon beim Zweiten. Ja. Wir können zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Geil. Richtig gut. Und zwar haben wir was Neues, wo ich mir gedacht habe, das hätten wir eigentlich schon von Anfang an genau so machen müssen. Wir haben nämlich neue Polster und neue Matratzen. Die alten waren nämlich richtig durchgelegen und Nusa hat die auch teilweise angeknabbert. Und ja, wie gesagt, die waren auch schon drei Jahre alt. Und jetzt haben wir uns für neue Matratzen und Polster entschieden von Snooze Project. Die stellen nämlich Polstermatratzen individuell nach Maß für euren Van oder für die Terrasse oder für den Balkon oder für irgendeine Sitzecke, die ihr neu einrichten möchtet, individuell in Deutschland her. Wir haben hier natürlich ganz spezielle Maße und deswegen kam uns das sehr gelegen. Das habe ich dann hier ausgemessen, habe es dann einfach bei Snooze Project auf der Webseite beim Konfigurator eingegeben, konnte mir da verschiedene Modelle aussuchen und dann wurde das innerhalb von vier bis neun Tagen wird ihr das nach Hause geschickt und wir hatten das, glaube ich, nach sechs Tagen daheim. Bei den Polstern finde ich ziemlich cool, dass man die zum Beispiel so klappen kann, weil wenn wir nämlich das Bett abends machen, dann kann man die einfach so zusammenklappen und nach vorne bringen und man kann die Bezüge abnehmen und waschen. Also perfekt, besser geht es nicht, das konnte man bei unseren alten Bezügen nämlich nicht ganz so gut. Die Polster gibt es in zwei coolen Farben, einmal in orange und in blau und man kann darauf sitzen, man kann die sich aber auch so in der Matratzengröße machen, herstellen lassen, damit man darauf auch schlafen kann. Und ich glaube, wenn wir mal unsere, unseren Leasingfahrzeug mal haben, was wir uns bald holen werden, dann kann ich mir vorstellen, das, wenn wir da mal mit verreisen würden, dass wir das in den Kofferraum stecken. Dann haben wir da auch eine schöne kleine Matratze im Kofferraum. Wenn wir die Sitze dann umklappen. Genau, wenn wir die Sitze umklappen. Wenn wir auch in unserem Auto dann schlafen. Können wir mal so Kurzausflüge machen, falls man irgendwo mal Party machen fährt und den Van nicht mitnehmen möchte. Ja, also, falls ihr Bock habt auf Polster und Matratzen und auch sowas braucht, dann schaut gerne bei Snooze Project vorbei. Den Link und mehr Infos packe ich euch unten in die Videobox rein. Unser erstes Sommergewitter und wir können hier trotzdem auf der Terrasse sitzen. Es ist richtig schön warm. Und es regnet gerade so schön. Es lief früher im Van eigentlich. Da sind wir auch ganz gerne dann drinnen bei Regen und haben dann so rausgeguckt. Und jetzt sitzen wir halt einfach auf unserer eigenen Terrasse. Das ist ein Traum, oder? Also ich mag das eigentlich ganz gerne. So, und ich kam jetzt übrigens vom Einkaufen zurück. Hab meinen Neffen von der Schule abgeholt. Da sitzt der. Hallo Colin, sag mal hallo. Hallo. So, guckt euch das mal an. Ein richtig voller Kühlschrank. Unsere Gefrierfach unten ist auch noch voll. Aber für viel weniger als zum Beispiel in Griechenland. In Griechenland haben wir für so einen durchschnittlichen Wocheneinkauf, ich schwöre es euch, 120 bis 140 Euro ausgegeben. Und in den Van passen ja nicht so viele Sachen. Aber wir haben immer das Gleiche eingekauft. Und jetzt hier in Deutschland geben wir für so einen Wocheneinkauf viel weniger aus. Also zwischen 80 bis 100 Euro. Und wir kaufen eigentlich genau das Gleiche ein, wie in Griechenland. Außer Karkis. Karkis kaufen wir hier nicht ein, weil die hier sehr teuer sind. Aber da waren sie günstig. Aber ansonsten ist das ein ganz normaler Einkauf. Das finde ich schon ein bisschen schockierend, wenn ich so dran denke, wie wenig die Leute eigentlich in Griechenland zu verdienen. Aber gut. Wollte ich euch nochmal sagen, dass es hier in Deutschland uns richtig gut geht. und wir das alle ein bisschen mehr schätzen. Ja, wir machen uns jetzt erstmal einen Kaffee und dann erzählen wir euch nochmal von unseren weiteren neuen Klingen. So, jetzt daten wir euch mal mit den Kaffees, Kaffeenews ab. Wir kriegen oft auf Instagram immer die Frage, wie es denn mit unseren Kaffeeplänen weitergeht. Wir haben nämlich auf Instagram geteilt, dass wir uns für einen Kaffee beworben haben. Genau, das ist jetzt schon einige Wochen her. Ehrlich gesagt haben wir noch nichts von diesem Kaffee gehört. Jetzt kommt die Antwort. Aber wir hatten jetzt Zeit uns, also diese Zeit hat uns verschafft, also dass sie sich noch nicht gemeldet haben. Ja, wir sind viel rumgelaufen und haben viel nachgedacht. Und genau, wir haben wieder die Zeit gehabt, um ein bisschen nachzudenken und ja, vielleicht Sachen einfach nicht zu überstürzen. Deswegen ist manchmal etwas Nachdenkzeit auch ganz gut. Ja, wir haben auf unser Konzept und auch auf eine Nachfrage noch gar keine Antwort bekommen. Und deswegen haben wir so ein bisschen geguckt und dann haben wir auch überlegt, wie fühlt es sich eigentlich gerade an so für uns. Wir haben uns sogar noch mal woanders ein Kaffee angeschaut. Ja, und das war aber auch nicht so das Wahre. Und dann haben wir uns einfach überlegt, weißt du was, wir lassen das mit dem Kaffee einfach ganz sein. Zumindest mit dem festen Kaffee. Genau, wir hatten ja schon mal die Idee, ein mobiles Kaffee auszubauen. Und damit die Reise auch nicht ganz zu Ende ist, auch wenn wir jetzt einen festen Wohnsitz haben, das wäre es wahrscheinlich erst mal mit einem festen Kaffee. Und wir haben gefühlt, jetzt wo wir gerade hier ankommen, dass dann doch, dass wir merken, okay, wir haben doch Lust, uns nicht so abhängig zu machen und so, so selbsthaft zu machen, dass wir halt gar nicht Lust haben. Warte, wir machen doch gerade ein Video. Gleich. Mann, wie süß. Ja, dass wir dann wirklich sehr gebunden sind und dann Reisen auch nicht mehr so einfach ist. Und deswegen haben wir gedacht, gehen wir doch zu unserer Ursprungsidee zurück und machen ein mobiles Kaffee. Ja, denn das war eigentlich so die Idee, erst mal die Wohnung fertig zu machen, das hier alles ein bisschen zu genießen und uns dann um erst mobile Kaffee zu kümmern. Und dann kann man uns halt für alle möglichen Sachen mieten. Firmen, Nivellen, Hochzeiten, hast du das gerade schon gesagt? Nein, habe ich noch gar nicht gesagt. Ich war nämlich ein bisschen abgelenkt von Nusa. Food-Festivals, Stadtfeste und alles Mögliche. Und wir können dann immer frei entscheiden, welche Aufträge nehmen wir an und wo fahren wir hin. Vielleicht auch sogar mal in andere Länder mit dem mobilen Kaffee reisen und dort sich hinstellen. Ja, das ist jetzt unsere Idee und ich denke, daran halten wir jetzt fest. So, das ist der Stand der Dinge und das wäre richtig cool, wenn das klappen würde und das wird auch klappen. Da sind wir uns ganz sicher, weil dann haben wir nämlich einmal mit Social Media ein Standbein. Das macht uns mega viel Spaß, euch überall mitzunehmen und der Austausch mit euch ist auch richtig schön. Aber es ist halt nur ein Bein und auf einem Bein steht es immer ein bisschen wackelig und deswegen wollen wir uns dieses zweite Standbein aufbauen mit dieser Kaffeekutsche und das wäre halt richtig cool, weil es so die total perfekte Verbindung wäre und ja, wir eigentlich schon seit wir zusammen sind. Da können wir auch mehrere Leute treffen von unterwegs, dass wenn wir jetzt nur an einem Ort einen Kaffee hätten, dann können wir zu euch kommen und ja, das stellen wir uns richtig cool vor. Dann nehmen wir euch auf jeden Fall mit, was für ein mobiles Kaffee wir uns holen, wie wir es ausbauen und haben natürlich ja auch coole Sachen zu berichten. Korrekt. So, aber wir wollen das Ganze jetzt auch nicht so in die Länge ziehen, weil wir beide haben... Komm, mach mit mir ein Herz. Ah, ja, so. So, ja. Wir haben nämlich Hochzeitstag. Und zwar... Das war Flix, das siebte Jahr. Ja, aber noch nicht heute, auch nicht morgen, aber in den nächsten Tagen. Und deswegen sagen wir ciao, ciao, macht's gut. Wir melden uns bald wieder. Bis dann, Kussi. Ich glaube, wir sehen aus wie so zwei Span...